Ich habe drei Sekunden verpasst, aber es ist so schlimm. Ich bin froh. Na los, trefft schon, trefft schon. Das kann doch nicht wahr sein. Sechzehntausend, Mr. Wendin. Sechs hintereinander? Egal in welcher Zusammenstellung, ihr habt da doch eure Finger im Spiel, Mona. Gebt es zu! Alles ist möglich, wenn einem nur genug Daten zur Verfügung stehen. Wollt ihr sehen, ob sieben eure Glückszahl ist? Leute zu betrügen ist illegal, Mona Gale. Ich betrüge niemanden, und Ritter haben hier nichts zu sagen. Doch, das tut ihr. Aber das ist mir egal. Die Herrin der Leiden, wo ist sie? Wenn ich wüsste, wo meine lukrativste, zurückgezogenste und gefährlichste Ernährerin lebt, würde ich das sicher keinem Ritter erzählen. Oder was immer ihr seid. Ich bin der Fremdling. Ich bin der Fremdling, der für den Mord an Imperator Valkurion gesucht wird. Der, der als Metallblock irgendwo in den Tiefen des Turms verstaubt? Sicher. Bewohner von Sarkul, hier spricht euer Imperator. Hört mir zu! Hoffentlich wird das gut. Die Kriminelle, die unseren großartigen Turm in Dunkelheit und Chaos gestürzt hat, wurde identifiziert. Der elendige Fremdling, der unseren unsterblichen Imperator, meinen geliebten Vater, ermordet hat, ist aus der Gefangenschaft geflohen, wobei ihm ein abtrünniger Ritter von Sarkul zur Seite stand. Diese gefährlichen Aufwiegler wurden zuletzt in der alten Welt gesehen. Wer sie sieht, soll sich sofort bei einer Autoritätsperson melden. Also, wo waren wir? Ihr wolltet ihnen gerade sagen, wo sie die Herren der Leiden finden. Ja, nur kann ich das nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich sie kontaktieren kann. Sie kontaktiert mich, nie andersrum. Aber sie trifft sich hin und wieder mit den Herolden in Bruchstadt. Sie haben eine Art Waffenruhe ausgehandelt. Mehr weiß ich nicht. Bitte, wiegelt uns nicht auf. Ja, komm. Wie wäre es, wenn ihr aufhört, die anderen auszunehmen? Sicher, was immer ihr sagt. Bruchstadt ist die Unterwelt der Unterwelt. Haltet euch aus allem raus. Da gibt es nur Korruption und Schmerz. Wir könnten Arkan fast dafür danken, dass er uns unabsichtlich geholfen hat. Diese Ankündigung hat euch bekannt gemacht. Wenn das unbeabsichtigte Hilfe ist, will ich nicht wissen, wie seine absichtliche Hilfe aussieht. Okay. Ähm. Ja, hält du das. Das heißt, wir werden alles in Krise respektieren, wenn du tatsächlich mal einen Pirater umbauen kannst. Ah, nein, ich weiß nicht, dass ich hinter zwei Hälte bin. Ups! Hm. Du bist für einen Pirater umbauen, da habe ich keinen Schuld. Wir haben ja auch einen Pirater gemacht. Ach, ich habe mich benutzt. Ich habe kein Problem, dass ich das benutze. Ich habe ein bisschen ähnliches. Hm. Vielleicht nicht. Hallo. Ach, ich habe keine Ruhe. Oh. Das ist rumgegangen, wird zu scheißen. Äh, zu scheißen. Geht noch ein Ruhe. Ein bisschen Tomaten. Und. Oh, nein. Du hast gerade eine kleine Buk-Buk. Du kannst es in eurem Kapitel 7. Ja. Und dann dringend so ein Kapitel 10, wenn ich tatsächlich halt schon müsste machen. Hm. Komisch, komisch. Komm. Komisch, komisch. Ja. Ähm. Ich weiß nicht. Ähm. Ich muss schon mal überwarten, tatsächlich, den Grund zu schauen. Ich weiß nicht wie es wird. Ich weiß nicht. Du kannst es nicht mal umschauen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht. Du kannst nicht aufschauen. Wo harte Zeiten noch richtig harte Zeiten sind. Selbst als die Ritter noch die alte Welt kontrollierten, sind wir hier nie lange geblieben. Ich kann mir vorstellen, warum. Ich weiß, wo sich die Herolde befinden, aber freiwillig werden sie keine Informationen preisgeben. Es ist ja nicht so, als hätten wir eine Alternative. Nun, das stimmt. Sie waren entschlossen, euch zu treffen. Nein, Bruchstadt habe ich ihnen gesagt. Das ist alles. Als ob ich es mir mit euch verscherzen wollte. Ihr, Gale. Ihr habt die Flüchtlinge gesehen. Kommt schon, ihr wisst doch, wie das läuft. Ihr gebt mir Credits, ich gebe euch Informationen. Wir wissen, dass sie hierher geschickt wurden. Sagt uns alles, oder ihr endet wie euer Partner. Welcher Partner? Ich glaube, sein Name war Rang, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr wisst, für wen ich arbeite. Und ihr wisst, für wen wir arbeiten. Wie soll ich das ausdrücken? Das GIF bei mir nicht so klappen, weil... Ähm... Ich lasse mich generell nicht in der Presse. Ja, aber wenn du dann Lodo nicht... ...dat muss was mir suchen. Dann bringe mir hin hier... Ähm... Ähm... Komm, ja, wir gucken wohl. Wannst du das dann nicht misst, dann musst du... Nee, du ist ein N-Word. Wannst du das dann nicht misst, dann... Ähm... Also, das Partner schafft immer. Okay, dann ausseh das auch. Sich ja presse los und das immer das schlechteste, was du machen kannst. Nie verhandeln wir zu Leid. Da bringe mir das hin. Okay, dann müssen wir noch mal die Informationen nicht, wo ich weiß. Papisch? Ich muss mal den, 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 den Ding ins Kirschen. Ah, du hast den Ding ins Kirschen, doch. Wohl. Deswegen, du... ...erpresse los sind. Ja, ja. Du musst wirklich schon eine ganz, ganz, ganz gute Grunddose sein. Weil sie sich erpresse ließt. So stirbt ihn. Fein gut. Feind weniger. Wenn das schlimm ist, wenn es läuft, wie das du es... Ja, wenn es hätte müssen, dann bringe ich ihn in. Okay. Jetzt hast du es nur offen gedroht, dass du den inbringst. Ich meine, das lief in 12. Ja, kein Problem. Kannst, kannst du alles machen. Ich gehe mal bei die Polis. Ich gehe mal bei die Polis dazu, dass du es mir offen gedroht wirst. Ah ja, mir ist schon nicht gemacht. Ja, mir, der Kugel hält wohl an mir. Wann hat es geschieht, ähm... Dann wisst du, ähm, bei wem der könnte an Schelle gehen und von wem der hier könnte. Ah, ich weiß nicht, wie es ist. Nein, das Spiel muss ja Pressing bringen, dass du, dass du führst. Und ich weiß nicht, von, äh... Und Frani war, äh, in der Skybie, in der Chat, ähm, die sich, äh, posen, regeln und hier und du, und so, und man, ja, man, ja, komm und gell, und dann, ähm... Wie, äh, wie, mein... Wir machen... Lagen Genital nützt sich zur Schumel uns und sowieso. Ich spiele es dann so lange aus dem... hahaha... hahaha... Mir hilft, dass diese Sachen, ähm... ähm... Äh... Äh... Okay, wo muss ich... ...kisschen? Ja... ...kisschen. Ja, komm. einfach nette rip ich erzähle eine Geschichte, aber die nächsten Dinge erzählen ich eine Geschichte das ist relativ cool von uns mein Schatz, ich erzähle oh ja krass, ich würde eigentlich schon und schluss schon, ja das mache ok ok, dann machen wir lohe schluss, ähm, ein paar zählen, so zu tschüssikowski an den